Fast jeder Golfer kennt die Probleme. Schlecht getroffene Bälle, fett, getoppt, slice, socket und kraftlos, unkonstant. Ja, alles was Gott verboten hat. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was denn die häufigsten Fehler sind, die ich Tag ein, Tag aus in meinem Golfunterricht sehe. Und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wie man diese Fehler bekämpft und wieder los wird. Das ist eine zweiteilige Serie und wir starten jetzt mit Teil 1. Letzte Woche hatte ich die große Ehre, im Rahmen der virtuellen PGA-Show für die Firma Hackmotion bei einem riesengroßen Webinar-Fortbildungsseminar als Gastredner aufzutreten. Das Thema war die häufigsten Fehler im Amateursport und wie man das mit dem Hackmotion-Handgelenksensor erkennt. Viele haben mich gebeten, dass ich diese Präsentation auch in Deutsch mache, weil sie sie erstens versäumt haben und zweitens vielleicht auch Englisch nicht so perfekt verstehen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache einfach eine kleine YouTube-Serie daraus und zeige dir, was ich hier präsentiert habe. Der erste Fehler, über den ich sprechen möchte, ist jetzt kein Schwungfehler per se, aber kann einen Haufen Schwungfehler und Schwungprobleme auslösen. Und zwar, das ist der Griff und auch das Setup. Sehr, sehr häufig sehe ich bei Hobbygolfern, das ist praktisch täglich bei mir, dass die linke Hand im Setup, also wenn der Griff eingenommen wird, zu flach ist. Also, dass sie einen flachen Handrücken haben. Das schaut dann so aus hier, dass der Handrücken komplett flach ist. Die besten Spieler der Welt haben fast alle einen Knick nach hinten, so ein Dorsalflex heißt das. Und die meisten Golfer, die ich unterrichte, haben keinen. Und das liegt daran, weil sie häufig den Schläger zu weit in der Handfläche haben. Also, die guten Golfer haben ihn oft mehr hier Richtung Finger hier unten, aber viele Hobbygolfer haben ihn einfach zu weit in der Handfläche und sind gleichzeitig noch zusätzlich zu weit nach links rotiert mit dem vorderen Arm. Und das Problem ist, wenn der Schläger hier so weit in der Handfläche ist, bekomme ich von Haus aus solche Probleme für den Schwung, dass das jetzt etwas ist, woran man unbedingt als erstes arbeiten muss. Weiters kann man auch einen zu flachen Handrücken bekommen und eine nicht optimale Position, wenn man versucht, den Schaft zu weit nach links zu neigen. Viele Golfer glauben ja, dass sie im Treffmoment den Schaft extrem weit nach links geneigt haben müssen, was ja nicht ganz falsch ist, aber es wird dann viel zu exzessiv gemacht bereits im Setup. Und wenn man das dann eben so macht, dann hat man eben auch hier einen flachen Handrücken. Der Schläger rutscht dann meistens auch in die Handfläche zurück. Und das große Problem dabei ist, wenn man den Schläger dann auch vorne hat, dann nimmt man auch den tendenziellen Schläger mehr auf diese Seite weg, also innen weg, und hat dann von Haus aus Probleme mit der Schwungbahn. Ja, und da habe ich einen kleinen Trick für dich, um das zu reparieren. Und zwar, erst einmal möchtest du testen, ob du den Schläger richtig in der Hand hast. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den Schläger jetzt hier ausstreckst nach vorne, alle Finger weg gibst bis auf den Zeigerfinger, dann müsste jetzt der Schläger hier drinnen bleiben. Bei mir ist er jetzt runtergefallen. Das heißt, das passt nicht. Wenn es richtig ist, wäre es so. Das heißt, du musst schauen, dass der kleine Fingerball hier schön oben am Griff drauf liegt. Hier, dann kannst du hier überstrecken, alle Finger weg bis auf den Zeigerfinger, und dann muss das so bleiben. Wenn du hier bist, dann rutscht das raus. Also eine kleine Übung oder auch eine kleine Kontrolle gleichzeitig für dich, um das perfekt zu machen. Und schau dann bitte, wenn du das hast, auch, dass die Hände mehr in der Mitte sind deines Körpers und nicht zu weit links, damit du eben auch ein bisschen einen Knick hast. Kommen wir zum nächsten häufigen Fehler, den ich immer wieder bei Amateurgolfern sehe. Und zwar, das ist das Zusammenbrechen des linken Handgelenks im Treffmoment. Wenn das linke Handgelenk in einer solchen Stellung ist im Treffmoment, dann hast du das Problem, dass du sehr, sehr viel dynamischen Loft den Ball präsentierst. Das heißt, er geht hoch und kurz. Das Problem ist auch, dass du dadurch auch Probleme bekommst mit dem Radius, dass du dann oft häufig der Schläger zu lang wird und du dann vorher reinhaust den Boden. Es gibt dann auch Probleme mit Slice und viele, viele andere Sachen. Also es ist wirklich etwas, was du nicht haben möchtest, dass du im Treffmoment so ankommst mit dem linken Handgelenk in dieser Position, also der Schaft so nach hinten geneigt. Ich würde sagen, alle, ich glaube, hier kann ich wirklich sagen, alle Profigolfer haben das linke Handgelenk im Treffmoment mehr Richtung einer flachen Handrückenstellung als einer geknickten Handrückenstellung nach hinten. Das heißt, alle arbeiten von einer nach hinten geknickten Stellung, also Dorsal, Richtung Palmar, sagt man. Das heißt, sehr häufig sind sie im Treffmoment flach oder sogar gebeugt. Das heißt, es schaut dann so aus, dass sie so sind im Treffmoment und nicht so. Das verursacht, dass der Schaft dann weiter nach vorne geneigt ist, dass der Loft weniger wird, dass man eine bessere Radiuskontrolle hat, den Boden konstanter trifft, dass man mehr Druck auf den Ball bringt und vieles, vieles mehr. Wie werde ich dieses Problem los? Als erstes einmal würde ich sagen, ist es wichtig, dass du verstehst, wie du sein sollst. Das heißt, du sollst auch die Intention haben, den Handrücken im Treffmoment flacher zu haben als im Setup. Das heißt, am besten stehst du dich mal überhaupt mal hin, schaust dir mal deinen Griff an, nachdem er schon kontrolliert ist, nimmst diesen Dorsalflex hier wahr, schwingst vielleicht nur bis hier auf, bis der Schläger parallel zum Boden ist und bleibst hier im Treffmoment stehen und beobachtest, was deine Hände machen. Und ich kann jetzt sehen, mein linker Handrücken ist jetzt wirklich schön flach, der Schaft ist leicht nach vorne geneigt. Würdest du dich ertappen dabei, dass das so ausschaut, dann machst du eine Korrektur und gehst in die richtige Stellung und versuchst einmal ein paar Mal das zu fühlen, wie sich das anfühlen soll und kannst dann sogar bis hierher durchschwingen. Das heißt aber jetzt nicht, dass du dich im Setup bereits in diese Stellung begibst, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass es ja nicht optimal ist, sondern du beginnst wieder mit diesem Knicks im Setup, also in der Ansprechstellung, schwingst dir her und jetzt versuchst du, über die Bewegung an sich dorthin zu kommen. Das ist nicht etwas, was du von heute auf morgen lernen wirst, aber beschäftige dich damit, mach kleine halbe Schwinge von hier bis hier und du wirst sehen, das wird schneller mal deutlich besser. Eine weitere Übung, die mir wirklich sehr, sehr hilft, dabei den linken Handrücken besser im Schwung zu kontrollieren bei meinen Schülern, ist das sogenannte Mic Drop Drill. Den habe ich einmal verfilmt, da gibt es hier oben den Link dazu oder beziehungsweise in der Beschreibung unten habe ich auch nochmal einen Link gesetzt, wenn du das später anschauen möchtest. Das ist eine riesengroße Übertreibung, dass man versucht, quasi mit so einem halben Schwung hier den Schläger so extrem runterzeigen zu lassen, damit man wirklich auch ein Gefühl bekommt und ich empfehle dir, dass du diese Übung auch einmal probierst. Wichtig bei diesen Übungen ist es, wenn du hier arbeitest daran, dass du das sehr langsam machst und nicht zu schnell am Anfang, weil du musst deinem Körper auch die Chance geben, dass er sich mit den Händen und Armen irgendwie verbindet, dass du ein Gefühl bekommst, wie sich der Körper bewegen muss, weil wenn du jetzt dann nur stehen bleibst mit dem Körper, dann kommen die Hände hier drüber, das ist nichts. Also du wirst hier auch den Körper etwas mitdrehen, damit du dieses Gefühl bekommst. Das nächste Problem, was ich immer wieder bei Amateurgolfern sehe, ist das exzessive Winkeln der Handgelenke. Wir haben bis jetzt immer gesprochen von dieser Richtung der Handgelenke, aber es gibt natürlich auch die andere Richtung, die rauf- und runter-Richtung, raufwinkeln, runterwinkeln. Man sagt auch dazu, radiales Winkeln und ulnares Winkeln, für die Technikinteressierten. Und es ist so, die meisten Golfer haben die Idee, dass man im Aufschwung sehr, sehr stark winkeln soll, um dieses berühmte L oder diesen Winkel hier zu erzeugen, damit man schönen sogenannten Lag halten kann, damit man schön zuschlagen kann, um mehr Schleerkopfgeschwindigkeit zu bekommen. Hier gibt es aber ein Problem, das du verstehen solltest. Und zwar, du musst verstehen, wenn du nämlich mit dem Handgelenken hinaufwinkelst, in diese Richtung, dass du auch gleichzeitig mit dem Handgelenk nach hinten knickst. Das heißt, wenn du jetzt eine Faust machst, die die Augen und Daumen so nach oben zeigen lässt, und du winkelst jetzt ganz weit hinauf, dann wirst du sehen, dass dein Handgelenk wirklich knickt hier, also nach hinten knickt. Andersrum, wenn ich jetzt hinunterwinkle, also in diese Richtung, siehst du, dass es in die Richtung beugt. Das solltest du unbedingt verstehen im Golfschwung, dass das etwas ist, was du kontrollieren musst. Weil wenn du jetzt wie in ihrer Winkel ist, mit dem Glauben, dass du jetzt da ganz weit schlagen kannst damit, musst du auch klar sein, dass du gleichzeitig die Schlagfläche eröffnest dabei. Und das ist das Grundöbel, was ich Tag ein Tag aussehe, für schlechte Kontakte. Weil die meisten Golfer haben die Schlagfläche offen im Golfschwung und müssen dann ganz wilde Korrekturversuche machen unten in der Treffermennzone, um das wieder auszugleichen. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr häufig bei meinen Profigolfern gemessen, dass sie wirklich nur von der Startposition bis sie oben am Ende des Aufschwungs sind, nur 20 bis 40 Grad Winkel. Das heißt, das ist nur ganz, ganz wenig hier. Keiner Winkel zu extrem. Das heißt, ich empfehle wirklich, damit die Schlagfläche in einer besseren Kontrolle bleibt, damit man sich auch leichter tut mit der Radiuskontrolle und solche Sachen. Dass man nicht exzessiv hinaufwinkelt. Ich würde sogar sagen, das ist ein richtiger Schwungfehler, über den eigentlich fast nie gesprochen wird. Es ist ein Schwungfehler, meine Augen. Und sofern du einen guten Griff hast, brauchst du dir in der Regel eigentlich keine Sorgen machen. Ich möchte, dass du wirklich versuchst, wenig zu winkeln. Das wäre die Korrektur. Du versuchst, wenig zu winkeln. Du kannst dir vorstellen, dass du hier einen Regenschirm, der so über dir drüber steht, und du möchtest nicht nass werden. Wenn ich jetzt so wäre, dann würde der Regenschirm in die andere Richtung zeigen, dann werde ich nass. Das heißt, ihr habt nur das Gefühl, dass ich hier ganz wenig winkele. Und du wirst dann merken, wenn du dann dich selber filmst, dass da viel, viel mehr passiert, als du glaubst. Aber der Vorteil ist, wenn du jetzt versuchst, weniger zu winkeln, dass du dadurch auch den Handrücken besser im Griff hältst, dass die Schlagfläche dadurch nicht so offen ist. Und das wird dir helfen, um konstanter zu werden und vor allem auch knackige Schläge zu machen, weil du auch dadurch im Treffmoment viel leichter den Schaft nach links geneigt hast und den Loft reduzierst. Übrigens geht es hier zum zweiten Teil dieser Serie über die häufigsten Schwungfehler von Hobbygolfern und wie man diese bekämpfen kann. Und hier unten habe ich auch noch ein sehr, sehr interessantes Video über den Handgelenkseinsatz im Golf, das du dir auch unbedingt ansehen solltest. Also, bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!